Daseinsvorsorge ist unsere Herzensangelegenheit. 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Herzlich willkommen in der Asklepios Klinik Langen. Als Klinik der akut und zertifizierten Schwerpunktversorgung mit 440 Betten bieten wir Spitzenmedizin und Notfallversorgung für den Kreis Offenbach. Allein in unserer zentralen Notaufnahme versorgen wir pro Jahr ca. 35.000 Patienten. Dabei ist uns die fachbereichsübergreifende Zusammenarbeit bei Diagnostik und Behandlung ein wichtiges Anliegen. Alle Fachbereiche arbeiten Hand in Hand zusammen, um unseren Patientinnen und Patienten bestmögliche Behandlungs- und Genesungsbedingungen zu bieten. In unserem hochmodernen Hybrid-OP haben wir die Möglichkeit, klassisch-gefäßchirurgische Verfahren und minimalinvasive Techniken gleichermaßen anzuwenden. Neben der minimalinvasiven Chirurgie stellt auch die Tumorchirurgie einen großen Schwerpunkt dar. Unsere interdisziplinäre Tumorkonferenz ist der Schlüssel zu einer bestmöglich abgestimmten Diagnostik und individualisierten Therapieplanung. Unsere Herzspezialisten stehen an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr für Sie in Bereitschaft. Wir bieten lebensrettende Hilfe für Herzinfarktpatienten oder bei akuten Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems und sind als Chest Pain Unit zertifiziert. Schlaganfallpatienten erhalten in unserer Stroke Unit schnelle Versorgung. Für unsere Operationen stehen uns zwei Herzkatheterlabore inklusive elektrophysiologischem Messplatz sowie ein hochmoderner Hybrid-OP-Saal für Herzklappeneingriffe zur Verfügung. Die Abteilung Anästhesie und perioperative Medizin führt sämtliche Anästhesien im Rahmen operativer oder interventioneller Eingriffe durch. Hierbei nehmen wir uns Zeit für jeden Patienten, für seine Ängste und Beschwerden und beraten individuell. Als zertifiziertes ECMO-Zentrum sind wir zudem auf die Behandlung von Lungenversagen durch extrakörperale Lungenersatzverfahren und die Entwöhnung von der Beatmung spezialisiert. Oftmals ist es möglich, eine große Operation zu vermeiden. Unser Spezialistenteam in der Klinik für Gastroenterologie führt alle gängigen Endoskopien auch invasiv durch. So können gegebenenfalls schon bei der Diagnoseuntersuchung notwendige therapeutische Maßnahmen minimalinvasiv eingeleitet und große Operationen vermieden werden. Die Geburt eines Kindes ist ein natürliches und sehr persönliches Ereignis. Wir freuen uns, wenn wir Ihr Kind bei seinem Start in das Leben begleiten dürfen. In unserer Klinik kommen im Jahr rund 900 Kinder zur Welt. Hohe Fachkompetenz, moderne Behandlungsmethoden und persönliche Zuwendung zeichnen unsere Abteilungen für Gynäkologie aus. In unserem zertifizierten Brustzentrum diagnostizieren und behandeln wir zudem alle gut- und bösartigen Veränderungen der Brust. Qualitätsgesicherte Diagnostik und Therapie auf höchstem Niveau sowie eine ganzheitliche und individuelle Betreuung haben dabei oberste Priorität. In der Klinik für Pneumologie wird durch unser Team von erfahrenen Spezialisten ein differenziertes Spektrum an Untersuchungs- und Behandlungsmethoden für sämtliche Erkrankungen der Lunge, Bronchien und des Thorax angeboten. Als zertifiziertes Traumazentrum sind wir zudem für die Behandlung Schwerstverletzter zugelassen und auf den Bereich Berufs- und Sportunfälle spezialisiert. Bei Verletzungen und degenerativen Erkrankungen des Bewegungsapparates sind Sie bei unserem engagierten Team aus Orthopäden und Unfallchirurgen in besten Händen. Unter Einsatz modernster Techniken führen wir operative und konservative Behandlungen ambulant und stationär auf höchstem medizinischen Niveau durch. Im Vordergrund all unserer Bemühungen steht immer der Mensch. Ein harmonisches und engagiertes Miteinander ist dabei oberstes Gebot. Qualität und Zuverlässigkeit in allen Belangen der medizinischen und menschlichen Versorgung sowie in der Zusammenarbeit untereinander. Dies zeichnet uns aus. Asklepios Klinik Lange